Mit dem Bio-Award werden Biohöfe gewürdigt, die besondere Leistungen für die Umwelt, das Klima, die Tiere, die Vielfalt und damit für uns alle erbringen. Bezirkssieger aus dem Traunviertel ist die Familie Gröbel, Biohof Kochlöffel. Wildmasthändel und Schafe tummeln sich am Biohof. Letztere beweiden die Flächen unter mehr als 200 neu gepflanzten Obstbäumen mit alten Obstsorten. Aus den Streu- und Mostobstsorten entstehen Edelbrände und Liköre. So werden die wertvollen Streuobstflächen mit heimischen Sorten erhalten. Diesen Servicetipp widmet Ihnen Bio-Austria mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.